Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt geht es weiter bei der Firma 9FF in Dortmund Teil 2. Jetzt haben wir Chef persönlich da. Erstmal vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns. Ich muss erst mal ein Lob aussprechen. Ich bin echt begeistert von deinem Sohn. Unfassbar, was der schon in kürzester Zeit weiß. Hätte ich nicht gedacht, dass er schon so tief in der Materie wirklich drin ist. Mit Absicht gezielt ein paar Fragen gestellt, die konnte er alle beantworten. Der ist hier in der Firma und auch schon in der alten Firma, seitdem er drei Jahre ist. Zu Anfang krabbelnd auf dem Boden, danach nur bei Probefahrten dabei und dann irgendwann hat er immer mehr mitgearbeitet. Seit ein paar Jahren baut er die Hälfte der Motoren. Wir haben noch einen zweiten Motorenbauer. Das, was ich früher gemacht habe, das machen die beiden jetzt. Und wäre schlecht, wenn er nicht gut Bescheid wissen würde. Wirklich, wirklich top. Und fahren tut er auch noch. Ja, der hat ja ideale Leistungsgewicht. Ja, das stimmt. Das geht wirklich fast nicht besser. Nein, ist so. Da kommen wir nicht mit. So, wir haben schon im ersten Teil so ein bisschen eigentlich alle Autos soweit durchgesprochen, auch 9FF von der ersten Sekunde an, was ihr schon alles an Preisen, Rekorden und so weiter geholt habt. Und dein Sohn meinte die ganze Zeit, es gibt ein Auto, was dir eigentlich am meisten am Herzen liegt. Wo du am meisten zu erzählen wollen würdest. Ja, wo man auch am meisten darüber nachgedacht hat, am meisten Schweiß vergossen hat und das einzige Auto, in dem ich je geheult habe, als er nämlich das erste Mal fuhr. Echt? Ja. Ich glaube, das habe ich überhaupt noch gar keinem erzählt. Das heißt, wir fangen mal an. Wie heißt dieses Auto eigentlich? Das ist unser 9FF GT9. 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 GT9, sagen wir mal, jeder, der sich bei Porsche so ein bisschen auskennt, kennt vielleicht den GT1. GT1 war ja der 996 oder vorher sogar 993, dem Porsche das Heck abgeschnitten hat, mit dem sie Le Mans gefahren sind, in dem sie dann quasi als 993, 996 Mittelmotor draus gebaut haben, einen Mittelmotorsportwagen mit Rohrrahmen. Und das war so ein bisschen die Grundidee für das Auto. Und GT klingt immer gut. Und die Mischung aus GT9, aus GT1 und 9FF ist eben GT9. Und so ist der Name GT9 zustande gekommen. Ja. Erste Gedankengänge zu dem Auto waren wann? 2003. 2003? 2003. Das fing eigentlich damit an, dass wir mit dem V400 2003, 2004 die ersten Male richtig schnell gefahren sind. 392 damals Weltrekord auf den Straßen zugelassenen Autos. Haben aber gemerkt, dass mit der 911er Grundform, weil die Heckscheibe hinten viel zu steil abfällt, kein Blumenplatz zu gewinnen ist. Also wir wollten hier unbedingt 400 fahren. Die Aerodynamik ist einfach zu schlecht und vor allen Dingen macht das ganze Fahrzeugheck viel zu viel Auftrieb hinten. War echt so, dass Grenze erreicht war und du gesagt hast, wir brauchen jetzt eine andere Fahrzeugform? Also sagen wir mal, fahrdynamisch war das schon mit unseren begrenzten Mitteln und aerodynamischen Tests, war 11er Karosserie echt am Ende. Krass. Normalerweise denkt man immer so eine 11er Karosse, gerade 9.6. ist ja eigentlich ein Pfeil im Wind. Pfeil im Wind ist richtig, also CW-Wert alles top. Wir hatten beim besten 997 CW-Wert von 0,265 im Audi Windkanal gemessen, also auch safe. Geil, kann man sogar messen. Ja, haben wir gemessen mit dem CW-Wert. 0,265. Aber das ganze Ding, wie gesagt, wenn man sich den Elfer von der Seite anguckt, der sieht aus wie ein Flügel, aber leider genau verkehrt rum. Das heißt, vielmehr, der Flügel ist genauso, der macht Auftrieb nach oben. Das willst du aber nicht haben beim Fahren, du willst ja Abtrieb haben. Und das ist hauptsächlich durch die stark abfallende Heckscheibe hinten. Das kriegst du eben auch nicht weg. Und dann war die erste Idee, wir machen das Dach ganz flach, damit das Heck lang und gerade wird. Fand ich auch gut die Idee, aber die war irgendwie noch nicht radikal genug. Und da haben wir gesagt, wir machen trotzdem das Dach ganz flach und ganz lang. Aber dann machen wir auch noch den Radstand 30 cm länger und bauen den Motor in die Mitte. Ach, jetzt wissen wir was. 30 cm. Ja, ja, 2,65. Wir haben zu der Zeit viel geguckt. Was haben so die anderen Produkte für den Radstand? Und 2,60 bis 2,80 hat sich so rauskristallisiert als ideal. Vorhin 30 cm, wenn ich mir jetzt überlege, beim T5-Bus ist zwischen kurz und lang 40 cm. Und das sind vom Fahren her schon Welten. Und wie? Dann muss das ja bei einem kürzeren Auto müssen das ja wirklich. Ja. Also wir haben beim Elfer, egal was wir für Flügel oder auch Unterboden oder was drauf hatten, immer, wenn wir in Papenburg fahren, so ab 3,50, dann fängt das Auto so ganz eigenartig an zu segeln. Dann macht der irgendwas, irgendwie sowas und dann irgendwann wird es wieder besser oder auch nicht. Oder es wird ganz hektisch und brauchst vier Spuren. Bei dem Auto, original, ich saß mit Ben Arnold in dem Auto, der war damals ja noch der Chefredakteur bei, ich glaube, da hieß er noch, Autobild, Test und Tuning oder irgendwie sowas. Geil. Als wir damit gefahren sind. Da sind wir zusammen 403 gefahren in Papenburg. Und dann haben wir uns so unterhalten die ganze Zeit. Da fiel mir auf, ich habe nur eine Hand am Lenkrad. So. Super geil vom gerade Auslauf. Und das heißt, wenn man dieses Auto nimmt, was bei 3,50 schlecht fährt und würde da den übelsten Spoiler drauf machen, hat das den gleichen Effekt oder ist das was anderes gegenüber dem Auto? Sagen wir mal, dann würde er vielleicht auch irgendwann fahren, aber dann ist der CW-Wert so schlecht, weil so ein Flügel ist ja für einen CW-Wert, für einen Luftwiderstand ganz schlecht, dass du viel mehr Leistung braucht es als mit dem. Okay, verstehe. Das heißt, mit der Kausse habt ihr es geschafft, einfach den ganzen Luftstrom so zu beruhigen über das ganze Auto, dass das Ding einfach schön fährt. Genau. Wir sind ohne Heckflügel gefahren, also im Prinzip so wie er jetzt hier auch auf der Bühne ist. Ohne Heckflügel, ohne alles. Ganz geschlossener Unterboden mit dem Diffusor hinten dran. Was ja eigentlich krass ist, weil dann hat er theoretisch erzeugt das Ding ja dann eigentlich keinen Abtrieb, also wird nicht runtergedrückt, aber fährt trotzdem so gut. Aber durch den glatten Unterboden gibt es dann eben doch wieder Daumenforce, genau wie noch Formel 1. Also Auto fuhr sensationell. 2003, das heißt geplant war ursprünglich? 2003 haben wir angefangen und die ersten richtigen Testfahrten waren 2007. Also wir haben lange gebaut. Wir haben erst ein Auto aus Blech gebaut, das sah nicht aus. Dann haben wir es hinterher in GFK noch mal gebaut. Zwischendurch noch eine Version in Blech und Zinn. Also wir haben, ich glaube, drei oder vier Versionen gebaut, bevor wir sagten, okay, das ist es jetzt. Und damals waren wir, ich glaube, vier Mitarbeiter bei uns in der Firma. Wir waren eine ganze Mikrofirma. Da stemmt man so ein Projekt dann auch nicht so innerhalb von drei Monaten oder was. 2003 war ja auch in dem Fall fast für ein Gründung übertrieben gesagt. Ja, 2001, genau. So, also das ging relativ schnell dann schon los, ne? Ist so, ja. Man muss sich ja auch kleine Ziele stecken. Auf jeden Fall. Deswegen fällt man direkt an, so ein Auto zu bauen. Keine halbe Sache. Okay, das heißt, das war dann auch relativ schnell auf 997 oder 996 Basis dann gedacht? Wir haben den erst noch 996 gebaut, weil zu der Zeit gab es noch gar keinen 997, als wir angefangen haben. Wir haben ein Unfallauto gekauft mit einem riesen Heckschaden, weil das Heck brauchen wir eh nicht. Von der kleinen Mitte einmal einen großen goldenen Schnitt durchgesägt. Auf der Richtbank, die steht irgendwo da hinten, da steht auch noch ein anderer GT9 drauf. Ja, uns ein eigenes Rahmen, Richtbankgestell gebaut und dann auch sofort angefangen mit Schweißen und allem drum und dran. Krass. Okay, das heißt, theoretisch ist bis hier alles normaler 906, 907? Bodengruppe ja. Vorderwagen auch. Dach und alles ist alles neu. Komplette Dach ist Kohlefaser und hat auch nur einen Rohrrahmen. Hier vorne sieht man die Rohre. Okay, verstehe. Ich glaube, wenn du drüber filmst, sieht man es auch noch besser. Das heißt, die eigentliche A-Säule ist jetzt wirklich nur eine Kappe drüber und es ist wirklich der Vorderwagen angeschlossen an den Rohrrahmen. Richtig. Den Rohrrahmen dürft ihr auch selber bauen? Ja, wir bauen alles selber. Wir sind ja Fahrzeughersteller und als Fahrzeughersteller darf man im Prinzip alles selber bauen. Man haftet nur auch dafür. Ja, da sagt dann kein TÜV hinterher, okay, aber dein Rahmen ist aber zu dünn. Der sagt, du baust das, du haftest dafür, du stehst dafür gerade, unterschreibst, dass das Auto fährt, wir machen eine Probefahrt, wenn alles gut ist, ist es gut. Das heißt, das Auto gab es theoretisch nur für euch oder habt ihr da auch welche von verkauft von diesem GT9? Sechs haben wir verkauft und einen Prototypen. Okay. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, werden die immer noch gebaut? Kann man den auch immer noch bestellen? Genau. Der ist gerade wieder im Aufbau, hier wieder einer, sogar ein deutscher Kunde. Besonders kompliziert, weil immer dann, wenn wir das Auto zulassen, ist es wieder eine neue Erstzulassung. Das heißt, wir müssen zurzeit mit dem Auto schärfste Euro 6 Grenzwerte erfüllen. Ach du Kacke. Jo. Verstehe. Das heißt, das läuft dann nicht auf Basis von einer alten 906-Fahrgestellnummer, die man irgendwie umträgt oder so, sondern ist es wirklich eine neue... Ganz genau. Die Änderungen sind zu massiv, dass man sagt, ist irgendwie ein Porsche geblieben, das wird ein 9FF. Ja, wir haben unsere eigene Fahrgestellnummer, W09. Das heißt, das ist dann 007, also der siebte davon eigentlich? Ganz genau. Der heißt zwar anders, weil wir haben zwei Serien, den ohne Vorbereitung, so wie er jetzt hier ist, als Hochgeschwindigkeitsauto und wir haben die breite Version, die Clubsport-Version und da haben wir eben unterschiedliche Nummern und Serien. Sind die Autos auch theoretisch für die Rennstecke gedacht? Also kann man da auch schnell mit auf den Rundkurs fahren oder ist da der lange Radstand eher kontraproduktiv für? Ich glaube überhaupt gar nicht. Ich glaube überhaupt gar nicht. Also wenn man sich überlegt, ein Formel-1-Rennauto hat über drei Meter Radstand, dann sage ich, dass ich mit 2,65 Haar fast noch zu kurz bin. Schon gut dabei bin, ne? Ja, Platz für die Slicks hast du hinten auf jeden Fall auch, wenn man das überlegt, ne? Ja, 3,35 kommt da hinterher drauf in 20 Zoll. Weil das war ein Punkt, hatten wir mit Sonemann auch besprochen, dass ihr ja theoretisch bekannt seid für alles, was immer geradeaus, viel Leistung und schnell. Und Rundstrecke war nie euer Thema, obwohl Porsche eigentlich das Rundstreckenauto so ist. Auf jeden Fall. Also wir hatten leider immer nur die Kundschaft für geradeaus schnell. Ich hätte auch gerne mal ein paar Autos für die Rundstrecke gebaut. Ja, für uns selber lohnt sich das nicht. Wir sind ja nun mal eher Schrauber und Hersteller als Fahrer. Und deshalb haben wir leider viel zu wenig für die Rundstrecke gebraucht. Aber würdest du euch auch zutrauen, wenn wir so einen richtigen Kracher rauszuhauen? Das glaube ich schon. Wir haben viele Motoren gebaut für Rundstrecke. Und ich glaube, wenn man ein eigenes Auto bauen kann mit eigenem Fahrwerk, mit Push-Rot, Umlenkung und allem, haben wir immer alles selber gebaut bei dem Auto, dann schafft man es auch ein Rennauto zu bauen. Wie viele Motoren habt ihr in Summe ungefähr schon gebaut? Also Metzgermotoren so etwa 1.500. 1.500 Motoren? Ich weiß gar nicht, wie viele Metzgermotoren es gibt, aber ich hätte jetzt mal so aus dem Bauch heraus gesagt, das können ja höchstens. Das sind schon noch ein paar mehr, aber es sind schon einige Prozente. Weil da würde es wahrscheinlich so 100.000 von geben oder so für Metzgermotoren, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Viel mehr bestimmt, glaube ich, auch nicht. Dann ist 1.500 schon eine gute... Jaja, ich wüsste jetzt auch keinen, der mehr Motoren gemacht hat. Dann ist die bezahlt, krass. Okay, aber da kommen wir später noch in der Motorenabteilung dazu. Jetzt geht es erstmal noch um den GT9. Optisch auf jeden Fall ein Highlight. Also ich glaube, wenn ich so ein Ding in freier Wildbahn auf der Straße sehen würde, müsste ich wirklich erstmal überlegen, was das ist. Wenn man ihn von hinten sieht. Von vorne, klar, erkennt man schon relativ schnell, dass es Porsche ist. Ganz klar. Ja, also wir wollten es schon abheben vom Porsche, weil es ja unser eigenes Produkt. Wir wollten es aber auch, dass es nicht ganz anders aussieht. Also jetzt nicht irgendwie mit so Blitzfront-Scheinwerfern oder sowas. Also wir sind schließlich Porsche-Tuner und Hersteller. Also muss das Produkt auch ein bisschen nach Porsche aussehen. Wie viel flacher ist der? Ja, über 15 Zentimeter. 15 Zentimeter? Ja. Inzwischen würde ich es sogar noch anders machen. Da wäre nochmal 10 Zentimeter tiefer. Aber zu der Zeit ging es nicht anders. Wir mussten damals den originalen Vorderwagen vom 996 verwenden. Wegen TÜV-Vorschrift und wegen Crash. Zu der Zeit gab es noch eine Vorordnung, dass wir damit Crash-Sicherheit erfüllen müssen. Brauchen wir inzwischen nicht mehr. Wegen Kleinstserie. Aber damals mussten wir das. Und da mussten wir dann eben geprüften Vorderwagen übernehmen. Inzwischen würde ich ihn ganz als Rohrrahmen bauen. Dann wäre er nochmal 10 Zentimeter tiefer. Dann wäre er genau mein Auto. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, dass das ganze Abaturmritt quasi ein bisschen tiefer wandert. Weil so ein bisschen Porsche ja schon noch. Und einen 10 Zentimeter Schwelle abschneiden. Krass. Dann ist es richtig Bettmobil. So ist es. Dann sind wir auch nur bei 1,02 Meter. Und was hat der ungefähr einen ZW-Wert jetzt? Wie viel ist der das so ungefähr? Damit waren wir nicht im Windkanal. Nee. Da haben wir diesen ganz alten Porsche-Wollfadentest mal mit auf der Autobahn gemacht. Kennst du den aus den Büchern? Nee. Als sie damals den 2,7 RS entwickelt haben. 73 oder 72 oder was das war. Da gibt es in vielen Büchern so Bilder, wie die den Heckflügel, den Entenbürsel getestet haben. Da haben die ab Tür bis alles nach hinten überall Wollfäden aufgeklebt. Das kenne ich, das kenne ich genau, ja. Und genau das gleiche haben wir auch gemacht. Und dann mit einer Kamera quasi dann später geguckt, wie... Noch viel simpler. Einer fährt nebenher auf der Autobahn und sagt, hör mal, da verwirbelt was und macht ein Bild. Und da verwirbelt was. Und dann haben wir hier und da und da und da ein bisschen geguckt. Wir hatten mal verkleidete Räder war scheiße. Dann haben wir einen Flügel und ich weiß nicht was alles. Wir haben das immer mit Wollfäden getestet. Wenn die Strömung überall anliegt, laminar, haben wir gesagt, dann muss es gut sein. Das heißt, wenn der Wollfaden dann wirklich einfach ganz normal liegt. Genau, wenn der drauf liegen bleibt. Und wenn der nicht hier an so einer Ecke dann irgendwie so macht oder hier irgendwie ganz wildes Theater. Ist das dann in dem Moment egal, ob man das bei 100 oder bei 200 oder bei 300 guckt? Das sollte schon möglichst schnell sein. Okay. Weil das verändert sich schon. Mit zwei Autos bei 300, dann mal gucken, was die Fähne so machen. Ja, gut. Das ist vielleicht kein normaler Antikkatest. Das ist der Punkt, wo man dann heute die GoPro einfach davor machen würde und sich einfach angucken, was der Faden macht. Okay. Ja, krass. Das heißt, ihr habt für dieses ganze Konstrukt eine Form und könnt da jederzeit in die Form rein wollen. Ja. Wenn jetzt irgendwie weltweit einer ankommen würde und wir nur die Korsa haben wollen, würdet ihr sowas theoretisch auch verkaufen? Oder würde es, wenn denn nur das ganze Auto immer gehen? Nein, würden wir auch verkaufen. Also wenn sich einer mal so ein spaciges Ding zusammenbauen will? So ist es. Geht auch. Okay. Das heißt, wo reden wir ungefähr gewichtstechnisch bei diesem fertigen Auto am Ende? Hängt wieder davon ab, ob Clubsport, also Leichtbau, wie ein Rennauto aufgebaut, ist man so bei 1200 Kilo. Wenn man den komfortabel ausstattet, so wie der hier wird, mit Teppichen und Stereoanlage und elektrischen Sitzen und was alles so dabei ist, immer so bei 1450. Krass. Aber auch noch leicht im Verhältnis. Ist noch leicht im Verhältnis, genau. Also alles, was unter anderthalb Tonnen ist, ist ja inzwischen schon leicht. Früher war man unter einer Tonne leicht. Jetzt ist es uns schon unter anderthalb Tonnen. Ja, aber da sind wir schon. Jetzt eine Frage, wo du sagtest, immer mit Neuzulassung. Kam dir schon mal irgendwie der Gedanke, in Richtung Elektrotechnik hier irgendwas reinzumachen? Auch, ich weiß, es ist immer ein schwieriger Punkt, weil so die Vollbenzin im Blut, die reden über sowas immer gerne weniger. Also ich meine jetzt nicht ein Vollelektro, sondern irgendwie so aller neuen 18, irgendwie vielleicht ein Zusatzmotor. Haben wir schon drüber nachgedacht, weil beim Elber würde es sich eigentlich noch mehr anbieten. Weil wir vorne viel Platz haben im Kofferraum und den Elber gibt es ja nun auch als Allrad. Und man könnte sich ja auch vorstellen, den Allrad mal anders zu bauen, die Kardanwelle wegzulassen und vorne einen Elektromotor einzubauen. Bietet sich bei ihm vielleicht nicht ganz so sehr an. Ich sage gleich dazu, ich bin eigentlich Elektrofreund, weil der Elektromotor eigentlich das bessere technische Ding ist. Drehmoment von Null an, kaum Verschleißteile, vibrationsfrei und so weiter. Was ihm natürlich fehlt, ist Sound, das ist schade. Aber rein technisch gesehen ist der Elektromotor besser. Was ich scheiße finde, ist Batterietechnik. Weil ich keinen Bock habe, in so ein Auto 700 Kilo reinzusetzen nur für Batterien. Also das finde ich super schwachsinnig. Das kann auch nicht effizient sein und nicht wirtschaftlich. Also ich merke, es gibt bald den 9 FE. Ich hätte nichts dagegen. Sobald ich irgendwo eine vernünftige Brennstoffzelle kaufen kann, würde ich auch ein Elektroauto bauen. Auf jeden Fall. Okay, also wir müssen nur an der Speicherung der Energie quasi arbeiten. So genau, richtig. Okay, wir machen den mal kurz ein bisschen hoch, dass wir mal ein bisschen runtergucken können. Also das allergrößte Hauptmerkmal ist, dass hier, wie ich das sehe, Motor in der Mitte ist. Mittelmotor. Das heißt, die ganze Technik wurde eigentlich hochgedreht. Mehr oder weniger. Wir benutzen die Hinterachse vom 997. Die ist auch in einer normalen Einbaulage. Das heißt, die fährt immer noch vorwärts? Die fährt immer noch vorwärts, genau. Aber der Rest fährt alles quasi rückwärts. Motor und Getriebe. Und beim Getriebe war eigentlich das größte Problem, wenn ich mir vorstelle, das fährt auch mal rückwärts, habe ich sechs Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang. Das wäre eine witzige erste Probe. Auf jeden Fall. Das war aber nicht die erste Probe, wo du gemeint hast. Nein. Das Problem war relativ schnell erkannt und aber auch schnell gelöst. Das hat Porsche schon vor zig Jahren mal gelöst. Und zwar, als sie den 935 die Rennautos gebaut haben. Da wollten die unbedingt, weil die Autos ganz tief waren, wollten die Motor und Getriebe möglichst tief auch einbauen. Dadurch knickten sich aber die Antriebswellen sehr stark. Und dann haben die gesagt, was machen wir? Dann haben die das Getriebe einmal um die Längsachse um 180 Grad gedreht. Da braucht man dann natürlich ein anderes Kegeltellerrad und all solche Sachen. Und ganz ähnlich haben wir es auch gemacht. Wir haben das Ganze einmal gedreht, das Ganze Getriebe. Sieht man jetzt auch perfekt, weil jetzt ist ja wirklich der Antriebswellenflansch relativ hoch. So ist es. Normalerweise ist es sehr, sehr tief. Das war aber die einfachste Lösung, um das ganze Problem schnell in den Griff zu kriegen. Und was auch nicht original ist, ist dieses Push-Shot-System. Genau. Das ist jetzt nur so eine Standsache, was wir hier drin haben, um damit die Karosserie richtig zu positionieren. Das sind also jetzt nur so Distanzstücke. Normalerweise ist da oben, wo die Stangen sind, sind die Stoßdämpfer drin. Mit den Federn drauf. Und das Ganze wird eben über diesen Hebel umgelenkt. Und hier ist nur einfach eine sehr dünne Stange drin. Das hat den Vorteil, dass die ungefederten Massen geringer sind. Deshalb spricht sie besser an. Man kann es besser einstellen, weil ich brauche nur hinten oben den Deckel abzunehmen. Und bin sofort an meinem Fahrwerk dran. Kann Härte und Höhe und alles Mögliche einstellen. Und fährt auch, merkt man auch einen Unterschied? Also fährt auch wirklich besser? Auf jeden Fall. Das fährt viel sensibler vom ganzen Federn abrollen. Viel, viel besser. Gross. Und was ganz wichtig ist, wenn man durch die Heckscheibe guckt, wir haben nämlich eine Heckscheibe, sehe ich die ganze Zeit, wie die Federn so machen. Aber das sieht immer gut aus. Das stimmt, da kann man ja während der Fahrt einfach auch teuerisch gucken. Jo, ist ja alles offen. Diese ganze Karosse besteht aus einem Teil dann? Ganz genau. Von der A-Säule an, überdacht bis hierhin, ist alles ein Teil. Inklusive Schwellung und allem. Das macht es auch deshalb dann immer ein bisschen kompliziert, alles in die richtige Position auf den Rahmen zu kriegen. Deshalb so viele Hilfsachen. Ja, wenn das Ding am Ende dann so fährt, wäre... Ja, oder ein Radausschnitt einen Zentimeter höher ist als der andere oder sowas. Das ist nicht ganz einfach zu positionieren. Und hier kommt dann am Ende so aus kleinen Röhrchen noch überall ein Rahmen rein? Oder wie wird das Ganze hier hinten noch so abgestützt? Ganz genau. Das wird noch abgestützt, weil oben bei dem Ort ein Flügel draufkommt. Also wird von der Hinterachse an, werden noch Streben nach oben gezogen, wo dann hinterher der Flügel drauf sitzt. Und was wiegt die ganze Karosse? Tja, wenn ich das wüsste. Also können wir die mit zwei Leuten so einfach tragen? Ja, können wir sogar alleine tragen, die ist ganz leicht. Also wahrscheinlich so 30 Kilo oder so. Hätte ich jetzt mal gesagt, 30, 35 Kilo. Mehr ist das nicht. Je nachdem, wie viel dran ist. Da sind jetzt ja schon viele Luftkanäle dran für Ladeluftkühler, vorne Wasserkühler und so weiter und so weiter. Krass. Das heißt, der soll jetzt Euro 6 bekommen? Genau. Somit bleibt da eigentlich nur noch ein 1 Motor, der da reinkommt? Oder kriegt man auch die alten Metzgermotoren auf Euro 6? Ja. Wir haben original Euro 4. Und wir haben vor gar nicht so langer Zeit im 997 extra einen Versuch gemacht. Wir haben 997 Turbo gekauft, haben den umprogrammiert, haben da einen entsprechenden Motor für gebaut, haben im ersten Versuch Euro 6 bestanden. Könnten dann dementsprechend eigentlich auch die Euro 4 Kunden alle ankommen und ein Upgrade machen an Ihrem Auto auf Euro 6, so ein bisschen Geld sparen? Also denken wir original echt drüber nach. Die Frage ist nur, mit welcher Leistungssteigerung. Ja, weil das müssen wir natürlich dann mitmachen. Was verkauft sich am besten? Wer 480 PS hat, kaufen die meisten 600, 700, 800 oder vielleicht nur 540. Weil das Gutachten müssen wir dann natürlich entsprechend machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber wäre machbar. Wäre machbar. Also Leistungssteigerung zu Euro 6. So sieht es aus. Hat das eher was mit Software oder eher was mit der Hardware zu tun? Sowohl als auch. Also muss alles kombinieren. Motor muss einmal neu aufgebaut werden, weil wenn du da irgendwo Ölverbrauch drin hast oder eine Unwichtigkeit und so weiter, funktioniert es auch nicht. Also Revision, Auspuffanlage, Elektronik. Elektronik auch ganz wichtig, klar logisch. Finde ich krass, dass ihr es hinkriegt, weil es ist ja immer bei vielen Tunern immer so ein Ding der Unmachbarkeit so ungefähr. Wenn es um diese neuen Abgasvorschriften geht, da sagt ja jeder gleich, vergiss es. Ist so. Ja. Wir haben eben den Vorteil, wir machen alles bei uns ja selber im Haus. Ich programmiere die Motoren, wir bauen die Auspuffanlagen selber und das heißt, wir haben deshalb ganz kurze Wege. Wir sind in Kooperation mit den Katalysatorherstellern, wir gucken, wer hat den besten Cut. Manchmal nehmen wir sogar originale Cuts aus anderen Autos und da haben wir das eigentlich relativ schnell zusammen gehabt, das Paket. Krass. Cool. Das heißt, bei Euro 6 gegenüber Euro 4 kommt es darauf an, dass man noch schneller die Werte erreicht. Genau. Also dass die Zeit einfach nur verkürzt wird. Kaltstadt ist das größte Problem, jo. Kaltstadt ist aber das, was in Porsche immer so geil klickt. Auf jeden Fall. Klingen die dann immer noch so geil oder klingen die dann nicht mehr so gut? Ne. Okay, also gibt kein Kaltstadt mehr. Ja, ein Toten, wo sie sterben. Okay, man kann nicht alles haben. Okay, verstehe. Ja, so viel zu dem Baby hier. Das heißt, ab da alles Gitterrohrrahmen. Also theoretisch, Gitterrohrrahmen ist an dem Ding wirklich nur der ganze Heckausläufer und oben bis zur A-Säule mit Dach. Genau. Die Trennwand auch schon da, wenn man durchguckt, sieht man hier schon relativ gut das Trennwandblech und auch die ganzen anthrazitfarbenen Rohre, die eben sind eben der ganze Gitterrohrrahmen. Ich finde, das ist erstaunlich filigran noch gebaut. Ja, extra. Bin ich auch Fan von. Dafür, dass das dann so krass fährt. Ja. Das ist schon, also da muss dann ja auch wirklich schon jedes Rohr da sitzen, wo es sitzen muss, ne? So ist es. Aber das ist eigentlich relativ einfach von der Konstruktion. Man muss jedes Feld, was man konstruiert, muss ein Dreieck sein. Und dann ist stabil. Und fertig. Ja. Sobald irgendwo ein Quadrat drin ist, dann wird es elastisch, funktioniert nicht. Es müssen alles geschlossene Dreiecke sein. Egal ob symmetrisch, asymmetrisch, völlig egal. Aber dann ist es bombenstabil. Und dann brauchen wir auch kein dickes Rohr und kein gar nichts. Ist das aber irgendein Chromo oder normaler Stahl? Ja, Chromo. Okay. Chromo hochvergütet, das ist quasi das, was sonst so die Hersteller nehmen, um Überrollkäfige zu bauen. Also das, was am sichersten ist dafür. Mhm. Mit 906-Hinterachse. Ja. Und dünne Wandstärke, anderthalb Millimeter haben die Rohr nur. Okay, dann kommt man natürlich auch so auf das Gewicht. Genau. Ja, Wahnsinn. Und das hier auch wieder aerodynamische Sachen? Genau. Dass die Luft, die von vornher dran vorbeigeht, hier... Genau. Unser Unterboden, der drunter kommt, steht hier noch ein ganzes Stück raus. Etwa bis hier. Das heißt, hier haben wir einen sehr schönen Kanal aus dem Rathaus. Kann gut raus und lüften. Ach so, die Luft geht wirklich durch das Rathaus so und dann wieder so weg? So ist es. So ist es. Im Rathaus entsteht immer durch das Drehenrad immer Überdruck. Der will irgendwo hin. Und natürlich am liebsten nach hinten. Weil wenn hier das Rad steht, ergibt sich hier eine Unterdruckzone. Und dann zieht es da hinten raus. Interessant. Also ich habe es schon öfter gesehen, dass die Leute das auch so direkt aus dem Kot fügeln. Ja, ist auch gut. So raus machen. Ist auch gut. Ist wahrscheinlich die Version, die auf der Straße gerade auch so mit Spritzwasser und Radabdeckung und so weiter nicht ganz so erlaubt ist. Genau, das ist das Problem. Und dann hat man immer Lackschaden an der Stelle. Das funktioniert auf der Straße leider nicht. Krass. Cool. Und sonst so vom Kühlerpaket her ist das aber dann auch ganz normal 906, 907? Ja, im Prinzip schon. Nur wir durchströmen das anders. Normalerweise würde man jetzt erwarten, die Luft geht hier rein und geht durch den Kühler und nach hinten raus. Bei uns geht es anders. Hier ist jetzt noch nicht drin. Ist verschlossen. Die Luft geht hier rein. Geht durch diesen Kanal. Von hinten durch den Kühler. Und dann hier an der Seite wieder raus. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil der Kühler ja auch eigentlich schon umgedreht ist mit dem Lüfter und so. Genau. Das ist schon alles soweit montiert. Es fehlt noch die Huste, die hier drauf sitzt. Deshalb auch diese Form. Die Luft kommt von hier vorne. Wird umgeleitet. Gibt wieder Unterdruck. Und hier wird die Luft rausgesogen. Krass. Ich hätte so gedacht, die Luft geht da rein, prallt dagegen und hat keine Lust mehr. Genau. Es staut sich so hier. Aber niemals geht die Luft so durch den Kühler. Aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder Zusammenspiel aus der Absaugung. Und wie es reingeht. Das ist eigentlich der Trick. Also vorne ganz viel drücken bringt gar nichts. Man muss hinten absaugen. Wenn man absaugt, macht die Luft auch jeden Weg mit. Aber das ist eben das Wichtigste. Stimmt das, dass das bei den Porsche Ladenluftkühlern auch so ist? Dass die Einlässe an der Seite eigentlich fast in Anführungsstrichen irrelevant ist? Weil der ganze Sog von der Luft kommt, die hier vorbeigeht. Ist tatsächlich so oder so? Wird immer rausgesogen. Krass. Okay. Wieder was gelernt heute. Guck, hat sich das gelohnt. So, okay. So viel zu deinem, ich sag jetzt mal, Lieblingsauto. Ja, auf jeden Fall. Wie lange braucht ihr ungefähr? Zwischen? Neun Monate. Echt so lange? Also ist schon. Ja. Dadurch, dass es eben wirklich alles Einzelanfertigung ist. Zum einen will jeder Kunde ein anderes Auto. Und die Werkzeuge sind relativ einfach gehalten, weil wir ja nie gedacht haben, dass wir da jetzt irgendwie 100 Autos von bauen. Also brauchen wir in jedem Teil viel Nacharbeit, viel Anpassungsarbeit. Das zieht sich einfach. Krass. Ja. Rahmen schweißen und so weiter. So ist das. Ganz genau. Wir machen eben alles selber. Wir schweißen den Rahmen. Früher haben wir sogar eine eigene GFK-Abteilung gehabt. Da haben wir sogar die Karosserie selber laminiert. Haben wir nicht mehr. Jetzt geben wir es in Auftrag. Aber das ist das einzige Teil, was wir nicht selber machen. Auspuffanlage, Motor, Getriebe, Kupplung, Interieur, Zusammenbau. Wir machen alles selber. Krass. Ja. Dann sind aber eigentlich ja neun Monate noch vertraubbar. Ja. Da ist also einer ununterbrochen beschäftigt. Theoretisch könnte es aber passieren, dass ihr das Auto jetzt anfangt und in neun Monaten gibt es auf einmal Euro 7. Oder wie weit weiß man das im Vorfeld immer, dass die Abgasnormen sich ändern? Tja. Sagen wir mal, ist ein bisschen Glücksfall. Ist Glücksfall. Ist Euro 6 Abgasnormen theoretisch schon mit OPF? Nein, muss nicht. Muss nicht. Okay. Also haben noch keinen Partikelfilter. Ganz genau. Und das ist auch der große Vorteil beim Metzgermotor, weil der ein Saugrohr-Einspritzer ist und kein Direkteinspritzer. Die Direkteinspritzer ist wie beim Diesel, gibt es immer Partikel im Abgas. Beim Saugrohr-Einspritzer gibt es gar keine Partikel im Abgas. Deshalb besteht so ein Nissan GT-R mit Saugrohr-Einspritzung auch immer noch ganz easy Euro 6. Und Porsche muss sich einen klar machen mit OPF und allem, weil die bekloppten Direkteinspritzer fahren. Woran liegt das? Kann man das relativ einfach erklären? Tja, also es gibt ja immer so Trends im Motorenbau. Mal war es VTG-Lader, dann waren es Direkteinspritzer. Was weiß ich was. Es gibt ja immer irgendwelche Trends. Und die letzten Jahre war eben der Trend Hochdruckeinspritzung, Direkteinspritzung. Es ist etwas besser für den Verbrauch, macht aber ganz viele Nachteile. Also ich meinte jetzt, woran das liegt, dass die Direkteinspritzer die Partikel quasi und die Saugrohr-Einspritzer es nicht haben. Wegen des hohen Drucks. Wirklich auch so. Wegen des Einspritzdrucks. Deshalb auch das gleiche mit dem Diesel. Die haben ja beide ganz, ganz hohe Einflussdrücke. Und da entsteht dann eben beim Direkteinspritzen und Zünden entstehen die Partikel. Cool. Noch mehr gelernt. So, jetzt gucken wir uns mal Metzgermotor an. Ist Metzgermotor dein Lieblingsmotor? Auf jeden Fall. Also ist der komplizierteste von Porsche, aber auch der stabilste. Zumindest bisher. Der ganz neue 992-Turbo-Motor scheint auch ganz schön gut zu sein. Und was dazwischen war, das war nicht so doll. Ich habe vorhin schon die ganze Zeit immer gesagt, ich finde es krass, wie gut eure Autos immer funktionieren. Weil ihr habt ja wirklich im Kundenkreis einige so dermaßen Leute mit Nagel im Kopf, die ja wirklich nur Vollgas geben. So ist das. Also das ist wirklich gefühlt auch nur bei dem Porsche. Beim GT-R ist es ein bisschen ähnlich. Da gibt es auch so ein paar, die dann wirklich 80 Läufer am Tag fahren. Aber das war ja wirklich. Und die Dinger funktionieren ja wirklich. Also ich kenne keinen, der bisher wirklich mal so richtig, es kommt ja schon öfter mal bei uns vor, dass mal hier ein Loch ist, da mal durchgebrochen ist und so weiter. Ist halt so. Aber wenn du 1500 davon gebaut hast, dann hast du auch bestimmt 50 schon kaputt gemacht. Was ja noch eine gute Gute wäre. Du, aber weißt du, wenn du 50 kaputt gemacht hast, hast du ja schon eine Menge Schrott erzeugt. Dann weißt du aber auch langsam, wo es hafert und wo es kaputt gehen kann. Würdest du aber sagen, dass der Motor an sich von euch so gut ist oder dass es das Zusammenspiel aus dem Motor und Software ist? Auf jeden Fall natürlich auch das Zusammenspiel aus dem Motor und Software. Weil mit Software kannst du alles kaputt machen. Es ist aber auch eben lange Jahre Forschung und Entwicklung, Kurbelwelle, Pläuel, Kolbenlager, Kopfdichtung und so weiter. Und da, also, es ist klar, weil 50 Motoren kaputt sind. Und die Leistung hat sich auch so nachher nachentwickelt. Ich weiß noch, den ersten richtigen Umbau, den ich gemacht habe, der hatte knapp über 600 PS. Da habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Ja, war bei der Probefahrt hin und weg. Und jetzt 600 PS? Na ja, das machen wir ja schon mit dem Serienmotor, mit jedem mit Software. Jetzt sind 600 PS die ersten beiden Zylinder. Genau. So ist das. Dann kommt noch mal zwei und noch mal zwei. Okay, krass. Das heißt, Metzgermotor, das ist euer Baby so ungefähr. Metzgermotor für die Porsche Line bei uns auf dem Channel. Ja. Benannt nach demjenigen, der den ursprünglich mal konstruiert hat. Ganz genau. Der hat ihn ursprünglich konstruiert für den luftgekühlten Elfer, also schon 100 Jahre her. Eigentlich 100 Jahre, aber in den 60er Jahren. Und seitdem ist der Motorblock auch im Prinzip immer gleich geblieben. Also wir hatten auf den ersten 996-Motorblöcken stand noch 964 drauf. Das heißt, wir haben wirklich 964-Blöcke nur minimal anders bearbeitet und zwei Löcher vergossen. Und schon war ein 996-Motorblock fertig. Die ersten Metzgermotoren waren noch luftgekühlt. Ganz genau. Hier dann Wasser gekühlt. Das heißt, durch den eigentlichen Block ist damals gar kein Wasser geflossen? Nee, fließt auch immer noch gar kein Wasser. Der Block geht nur von hier bis hier. Ja, da ist im Prinzip nur die Kurbelwelle drin. Und hier, das sind die Wasserkästen, da sitzen die Zylinder drin. Zylinder stehen zwar nur ein ganz kleines Stückchen da unten rein in den Motorblock, aber ganz unten braucht der Zylinder ja nicht gekühlt werden. Die Zylinder werden wirklich nur so im oberen zwei Drittel werden sie gekühlt im Wasserkasten. Und hier saßen eben früher die luftgekühlten Zylinder drauf. Das ist für mich das allererste Mal, dass ich meinen zerlegten Porsche-Motor sehe. Ach was. Da habe ich mich wirklich noch nie mit beschäftigt, also viel mit beschäftigt, aber nie live mal wirklich, dass einem das einer mal gezeigt hat. Da drüben hängt der gleiche Ohne-Wasserkästen. Da gucken auch die Pläuel raus. Was mir gleich auffällt, was mir gleich auffällt, ist, wie wenig Hub der Porsche-Motor hat. Wir haben ja im Verhältnis zu den Riesenkolben wenig Hub, weil hier ist ja so wenig Platz, da kann ja der Kolben gar nicht groß viel hoch und runter gehen. Nein, das hat Porsche eigentlich schon fast immer so gemacht. Große Bohrung, in dem Fall die 100 Millimeter und 76,4 Millimeter Hub. 76, okay, krass. Ja. Ist natürlich immer gut für die Drehzahl. Die Kurvewelle hält besser, hast du weniger Schwingungen und alles, viel weniger Kräfte überall drin. Gut, hast vielleicht ein bisschen weniger Drehmoment. Aber andersrum mit dem Turbolader haben wir ja einige in die Drehmomentsorgen. Würdest du sagen, dass diese Boxer-Anordnung mit den sechs flach liegenden Zylindern so die stabilste Lösung für einen Sechszylinder zum Beispiel ist? Dass die sich wirklich alle ausgleichen? Ein Kolben geht raus, einer geht rein? Von der Seite her schon und die Kurvewelle ist ja auch am kürzesten, weil wenn du sie alle in Reihe hast, ist das ja eine ewig lange Kurvewelle und dann hat man ja immer solche Probleme mit Drehschwingungen in den Kurvewellen. Die BMW ist ja früher M1, als immer die Kurvewellen alle gebrauchen sind. Weil man hört ja wirklich ganz wenig, dass sich ja mal einer wirklich geschafft hat, so einen Block zu spalten. Ja, ist selten. Da müssen ja wirklich so rohe Gewalt an so einem Ding... Ist ja selten. Ist eigentlich immer, wenn was falsch programmiert ist und das Ding ist serienmäßig, verbiegt es ein serienmäßiges Pläu, das reißt ab und dann haut das dann alles da drin kaputt. Das ist aber der einzige Schaden, den es eigentlich gibt. Ansonsten geht da nichts drin kaputt. Guckt dir mal an, was das für ein Riesenkolben ist gegenüber den Kolben, die wir uns sonst immer so angeguckt haben. 100 Millimeter zu, ich sag jetzt mal 82 Millimeter ist halt schon ein Unterschied. Genau, so VW-Maß und Audi-Maß 82. Okay, das heißt, das Wasser läuft wirklich nur hier durch, aber auf der Unterseite auch? Ganz genau. Läuft hier rein, verteilt sich in diesen breiten Kanal, geht hier noch zusätzlich noch in den Zylinderkopf. Geht dann da wieder zurück und unten ist nochmal der gleiche Anschluss. Da geht es wieder. Vielmehr, es geht unten rein und oben raus. Sieht man hier schön, hast du da die Löcher für die Zylinderdurchströmung. Aha, das ist ja krass gemacht. Das heißt, die stehen ja wirklich komplett offen drin und es läuft komplett kreisrund rum. So ist es. Also, das ist schon Hammer konstruiert von Porsche. Ja, auch so mit den O-Ringen unten, mit einer schönen Abrichtung. Also, wie gut das alles funktioniert. Und diese Buchsen, die hier jetzt drin sind, das ist original oder das ist auch schon anders? In dem Fall ist es eine originale Alubuchse, 100 Millimeter. Ah, das ist Alu, so, krass. Ja, Alu, mit Nikasil-Beschichte. Das ist abwerksamer mit der Nikasil-Beschichte? Ja. Bei den größeren Umbauten kommen dann unsere Stahlzylinder rein. Die sind dann sehr, sehr dünn, wieder wegen der Wärmeübergang vom Brennraum zum Wasser. Und die müssen wir dann eben auch Stahl machen, sonst sind sie nicht mehr stabil genug. Kann man die aber theoretisch rausziehen, wenn sie die richtig eingeklebt und... Nein, nur eingepresst mit dem Gummiring und zwei Hammerschläge, dann sind die raus. Dann sind die raus. Das heißt... Ich denke, Montage ist auch sehr tricky. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel montierst, du montierst zuerst mit zwei Buchsen drin, die andere fehlt komplett und du montierst den letzten Kolben als allerletzten Schritt. Das heißt, du baust ihn auch ohne Kolbenringe ein und dann fummelst du hier unten durch so einen Spalt die Kolbenringe drauf und dann setzt du am Schluss die Buchse mit einem Schlag drüber und dann hast du einen Spannmann, das fällt unten in den Motor rein. Dann musst du bei den Kolben auf gleiche Stellung ziehen, ziehst den Wasserkasten hoch und fummelst dann das Spannmann wieder raus. Das ist unglaublich kompliziert. Das ist unglaublich kompliziert. Ich habe es mir die ganze Zeit schon immer so überlegt, weil bei dem Motor ist es tatsächlich so, dass man die Pläu erst an die Kurvelle schraubt und dann hier den... Also dann montiert man erst den Mantel und schiebt dann zum Schluss den Zylinder drauf? Ne, jetzt würden die Kolben drauf kommen und dann schiebt man im Prinzip die Zylinder über die Kolben drüber. Ah, ne. Vereinfacht gesagt, aber das ist natürlich kompliziert, weil das ist ja drei Stück. Ja, und dann musst du das da irgendwie alles noch zusammenkriegen und hast gar keinen Platz für ein richtiges Spannband. Also das ist schon alles sehr kompliziert. Gibt es natürlich auch Spezialwerkzeug für, was aber immer nur für Serienmotoren geht, hast du eine 102er oder eine 104er Bohrung, gibt es eben kein Werkzeug mehr. Dann kannst du improvisieren. Und wie viel Volumen ist hier unten so fürs Öl drin? Ist da viel drin oder fast gar nichts? Fast gar nichts, es hat ja Trockensumpfschmierung, das heißt alles Öl, was da drin ist, wird sofort von den zwei Absaugpumpen abgesogen, in den Öltank gefördert, wo es dann wieder so lange wartet, bis es von der Druckpumpe wieder abgesaugt wird und dann durch den Motor geschoben wird. Und was sind die Schwachstellen von so einem Motor? Ja, also irgendwann sind es die Stehbolzen. Das ist jetzt eine ganz starke Version, 1400 PS, 1600. Da machen wir extra spezielle Stehbolzen, schneiden die Gewinde auf und so weiter, ganz anderes Material, die können wir fast doppelt so stark anziehen, wie die Serienkopfschrauben. Wobei ich es eh schon krass finde, dass der ja theoretisch vier ganze Stehbolzen mal pro Zylinder hat. Das ist einer der großen Vorteile des Motors. Deshalb dichtet der so gut pro Zylinder. Genau, weil bei meinen ganzen Motoren ist es immer so, dass der nächste Zylinder sich dann zwei teilt und nochmal zwei neue dazu kriegt. Genau, ist auch bei allen neuen Porsche-Motoren. Das ist der einzige, der es wirklich hat, zwölf Stehbolzen pro Seite. Die anderen haben alle entsprechend dann die vier weniger, nur acht. Wo du sagst, neuer Motor, wie ist das bei denen mittlerweile mit Blöcke kriegen? Ist das mittlerweile auch schon ein Problem? Kriegen ist kein Problem, nur bezahlen ist ein Problem. Ah, okay. Also schon. Die haben halt vor acht Jahren 2000 Euro gekostet, jetzt kosten sie 8000 Euro. Boah, okay. Für den Serienblock schon nicht schlecht, nackt. Nackt, ohne irgendwas. Alles drin, ne? Ohne eine Schraube, ohne irgendwas. Eine Kohlewelle kommt von euch eh mal in eine eigene rein. Genau. Das ist dann nicht ganz so das Problem. Genau. Aber man muss halt den eigenen. Aber den Block kaufen, das ist schlecht. So, jetzt Frage. Jeder Porsche-Freak hört immer das Wort, der Block wird verstiftet. Ja. Was ist das? Ja, das müssen wir zeigen. Was wird da gemacht? Achso, das können wir jetzt gerade hier gar nicht so an dem... Das können wir da nicht sehen. Also, der Block ist hier in der Mitte... Wo war ein von den 8000 Euro Blöcken, die was rumstehen? Genau. Der Block ist hier in der Mitte getrennt. Wenn wir den anfangen zu montieren, nehmen wir die eine Hälfte, drehen die auf horizontal und legen die Kurbelwelle rein. Mhm. Dann würde man die andere Hälfte oben draufsetzen und beides zusammenschrauben. Mhm. Um das einfach zu sagen. Die beiden Blockhälften, die und die, sind nur hier am Ende im Lager mit zwei Stiften geführt, original. Und hier vorne durch so ein großes Alupasslager. Alle Hauptlager hier dazwischen könnten sich rein theoretisch verschieben. Ah, verstehe. Und das Verstiften heißt eigentlich nur, dass die paar Stifte, die wir im letzten Hauptlager drin haben, wir in alle auch einsetzen. Aha, jetzt habe ich es ja schon. Ich bin bei Verstiften immer davon ausgegangen... Ah, okay. Okay, da sieht man es ganz gut. Ich bin immer davon ausgegangen, dass man irgendwie wie so ein Zuganker durch den ganzen Block irgendwie schraubt und den irgendwie so zusammenzieht oder so. Nee, die hat er sowieso. Das sind hier die Bohrung für die Zugankerschrauben. Die beiden helfen werden... Guck hier, das sind die hier. Aber die... Das sind die Zugankerschrauben. Die gehen von der einen Seite ganz durch. Die halten den kompletten Block zusammen und die halten auch im Prinzip die Hauptlager zusammen. Und die, wie setzt man die Stifte? Weil die müssen ja logischerweise eigentlich durchgebohrt werden irgendwie, ne? Ja, sagen wir mal, das wäre eine Möglichkeit. Geht aber nicht, weil dahinter auch noch wieder Ölkanäle sind für die Kolbenspritzölkühlung. Weil man muss es ja irgendwie zusammengebaut verstiften, dass es genau so bleibt? Nein, man braucht eine gute CNC-Maschine und einen guten Bediener. Okay, verstehe. Also das ist eins der Tricks, die man halt so... So ist es. Ist aber notwendig ab einer gewissen Leistung? Ja, ja. Vor allem ab einem gewissen Drehmoment, einfach um sicher zu gehen. Man sieht schon, wir haben ja meistens gebrauchte Blöcke, wenn man ganz genau hinkommt, dass hier außen so dunkle Verfärbungen sind. Da haben die Hauptlager schon gearbeitet am Aluminium. Das heißt, da war schon eine gewisse Bewegung drin, bevor der verstiftet wurde. Ja, dann haben wir ihn zerlegt, verstiftet. Jetzt wird die noch einmal aufgerieben, um 25 Hundertstel, damit sie wieder exakt ist. Brauchen wir im Prinzip nicht, aber die hier ist mir schon ein bisschen zu schwarz. Dann machen wir das nochmal. Das heißt, dann kommen auch andere Lagerschalen rein, die müssen dicker sind. Genau, größere Außendurchmesser. Okay. Gibt es den Block aber theoretisch neu bei Porsche noch zu kaufen? Gibt es noch bei Porsche zu kaufen, ja. Aber da wahrscheinlich dann noch mehr Vermögen? Nee, wie gesagt, also gibt es ohnehin nur bei Porsche zu kaufen. Dann gebraucht er eh nicht so. Nein, gibt es nicht. Aber für 8000 würde man theoretisch bei Porsche neu kriegen. Genau, genau. Das war es ja wiederum, also klar sind immer noch 8000 Euro. Aber es ist zumindest noch zu kriegen, doch. Da weiß ich immer noch, der schon vor 15 Jahren hat einen Rumpfmotor für den RS4 auch schon immer 25.000 oder 27.000 Euro gekostet. Da war auch nur Block mit Köpfen. Also klar, da ist eine Kugelwelle mit Kolmploi drin, aber das ist ja dann sogar noch, okay, also für ein Stück Guss. Relativiert sieht doch irgendwie, ne? Okay, krass. Ja, haben wir da schon mal ein bisschen was gezeigt. Also Schwachstellen, eigentlich nur die Verschaubung dann irgendwann? Die Verschaubung, die Verstiftung. Ganz genau, das sind eigentlich die einzigen Schwachstellen an dem Motorblock. Und sonst natürlich auch jede Menge Erfahrung, welcher Lagerspiele. Sowas ganz genau, welches Pleuel und so weiter. Also das schwachste Teil im Motor ist das Pleuel. Die Kurbelwellen sind ziemlich gut von Porsche. Können wir schon bis 1000 PS fahren, aber die Pleuel, die reichen eben gar nicht. Jetzt kommt beim Pleuel auch noch dazu. Man sagt ja immer, ein Pleuel ist, je stabiler, je länger es ist. Damit es nicht so viel knickt. Und die sind natürlich so mit 127 Millimeter, was sie haben, das ist das Kürzeste, was es auch gibt. Ja, ist so. Ist wiederum gut für den Drehmomentverlauf, weil je schräger, desto mehr Drehmoment kriege ich auf die Kurbelwelle. Aber andersrum habe ich eigentlich auch mehr Verschleiß auf den Kolben und auf den Zylinderlaufbahnen, weil der Druck ja auch, sei die auf den Kolben, viel stärker wird. Schon mal drüber nachgedacht, eine Art Spacer dazwischen zu machen, dass man die Länge machen kann? Ja, haben wir auch schon gemacht. Für RSSR-Rennmotoren haben wir das gemacht. Ganz lange Pleuel gemacht. Die dann richtig hochdrehen, also? So ist das. Die drehen dann aber auch 10,5. Boah, geil. Ja. Ist wieder warm. 4,4 Liter Sauger, 500 PS, 600 Newtonmeter bei 10,5. War sogar noch mehr. War sogar noch mehr? War fast 600 PS, fast 700 Newtonmeter, der Stefan aus dem Kürzestad. Ach, krass. Ab 10 bis 10,5 hat der Maximal das schon. So, war echt. Jetzt müssen wir uns noch einmal den Zylinderkopf angucken, weil das ist für mich auch immer ein Highlight beim Porsche. Das ist jetzt Serie? Genau, das ist Serie 997 Turbo. Man sieht also, Kanäle sind schon okay, aber eben alles ganz roher Guss. Wenn man von der Ventilseite aus reinguckt, hat man da schon noch ganz schöne Übergänge, wie überall, wenn man da mal ein bisschen fühlt. Bis wie viel PS kann man so ein Kopfhörer theoretisch sparen? Also 750 PS. Echt mehr nicht? Ja, mehr machen wir da nicht. Dann brauchen wir so viel Ladedruck, dass es dann in keinem vernünftigen Verhältnis mehr steht. Krass. Die Ventilführung so sieht, aber Serie sind schon andere. Echt? Achso, Serie ist schon so ein, ich sag jetzt mal, Heat, Beryllium, wie auch immer Material drin. Ja, also da spart Porsche nicht. Da haben die schlechte Erfahrungen vom 993 gemacht. Da sind nämlich nach kurzer Zeit immer die Ausfahrsventilführung kaputt gegangen. Und dann womöglich auch noch die Ventile abgerissen. Seitdem haben die ein super gutes Material. Also selbst wenn wir hier einen Motor zerlegen, 50.000, 60.000, 80.000 Kilometer, sind die alle immer noch im Neumass. Krass. Und ganz viele nehmen ja auch die Köpfe von GT3. Ja, das ist, sagen wir mal, das wird immer so gesagt, aber das ist ein relativ aufwändiges und kompliziertes Unterfahren. Also ist nicht einfach draufstecken für dich? Nein, nein, nein. Also das sagen nur die, die es noch nicht gemacht haben. Liegt daran, dass hier der Unterschied ist oder dann in dem, was danach kommt mit Nockenmöhen und so weiter? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also einfach hier im Gussteil, das ist anders. Dem fehlen dem GT3 ein paar Ölkanäle, die der Turbo hat, die er auch braucht. Das heißt nur kurzer Spaß. So ist das, ganz genau. Dann gibt es nämlich auch mal keinen variablen Ventillift mehr. Wenn du nur noch auf kleinen Hub hast, hast du keine Füllung, also keine Leistung. Genau. Also da muss man schon eine ganze Menge umbauen und auch ein bisschen was fräsen und bohren und alles. Dann kriegt man die ans Laufen. Haben wir auch schon oft gemacht. Und ich sage mal, alles, was so über 1200 PS ist, hat das sowieso immer bei uns standardmäßig drin. Aber bei den kleineren Umbauten lohnt es sich nicht, weil man viel zu viele Teile braucht und viel zu viel Bearbeitung. Deshalb gehen wir bis 1000 PS, zum Teil sogar bis 1200 mit nochmal speziellen Ansaugtrichtern da drauf, die wir uns machen lassen, gehen wir mit dem Serienkopf und den lassen wir eben komplett fräsen. CNC, alle Kanäle. Ja, da geht auch schon, wenn man hier so im Vergleich jetzt reinguckt, geht das schon ganz gut aus, oder? Das ist schon eine ganz andere Größe dann, ja. Was vor allem sehr entscheidend ist, wenn man auslassseitig guckt, das ist was ganz anderes. Finde ich aber krass. Ich hätte gedacht, dass da so mit Serienköpfen auf jeden Fall mehr geht. Wie gesagt, also mit ganz viel Ladedruck schon, aber ganz viel Ladedruck ist ja auch immer schlecht für die Haltbarkeit und Temperatur und alles. Deshalb probieren wir es immer mit möglichst wenig Ladedruck zusammenzukriegen. Hält einfach besser, deshalb geht ja auch nichts kaputt bei uns. Und da gehört dann eben auch dann sowas dazu. Und ab 1200 PS, was macht man dann? Wie gesagt, dann kommt GT3 zum Einsatz. Ah, dann muss der GT3 machen, weil sonst der GT3 hat größere Kanäle, größere Ventile, viel größer gekostene Kanäle nochmal. Also das funktioniert sonst nicht mit dem Turbo-Kopf, soweit kannst du den gar nicht auffräsen. Also ist schon nochmal ein andere Liga, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann ist nochmal einen da, den wir doch da drüben im Regal stehen. Was auch ganz interessant ist, normalerweise, wenn du jetzt einen GT3-Kopf verwendest, brauchst du auch Trichter vom GT3. Eine ganze Leiste dafür, die sind aber relativ selten, wie du nämlich siehst, natürlich oben. Die Wandstärke ist natürlich da schon ganz anders. Okay, das ist natürlich wirklich eine ganz andere Liga. Genau, und deswegen haben wir diese schönen Trichter hier. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt einen originalen, also nimmst du unseren 997 Turbo-Kopf mit unserer CNC-Fresung und dann kannst du den da draufschrauben und schon kannst du GT3-Ansatzbrücke draufschrauben. Ah, cool. Ja, okay, das ist natürlich wirklich. Ja, das ist dann halt das, wo Porsche als Sauger die Leistung rausholt auch, ne? So ist es. Also die Ventile sind alle deutlich größer, vier Millimeter größer jeweils und die Kanäle ist ja ein ganz anderes Volumen. Und von Materialien ist da ein GT3-Kopf auch, also genereller GT3-Motor, viel krasser von Pleuel her, Ventilen her? Vom Pleuel her ja, GT3 fährt ja immer mit Titan-Pleuel. Ein echt Titan-Pleuel-Serie-Mission? Ja, alle. Auch aufs 997, 996, 991, alle haben sie Titan-Pleuel drin. Die kann man aber trotzdem für den Turbo nicht nehmen, weil sie sind zu schwach dafür auf jeden Fall. Kann man für den Turbo nicht nehmen, weil sie nicht auf die Turbo-Kurvewelle passen. Ah, okay. Ja, Porsche macht ja nichts einfach. Ja, andere Lagerdurchmesser, andere Lagerbreite. Und GT3-Kurvewelle nicht gut? GT3-Kurvewelle auch gut, aber dadurch, dass die Lager breiter sind, sind die, wie soll ich sagen, die Flanken deutlich dünner, das heißt, sie sind natürlich empfindlicher gegen Bruch. Ah, okay. Also, die Turbo-Welle ist eigentlich schon ein guter Kompromiss aus Haltbarkeit und allem. Naja, also das ist immer alles kompliziert. Alles hat Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Letztendlich musst du dir selber eine machen lassen und dann funktioniert es auch. Aber bis die GT3-Köpfe dann wirklich auf dem Motor drauf sind, dauert. Das dauert. Dauert. Aber dann ist wirklich Maß der Dinge. Die bleiben dann Serie und werden dann auch nochmal gefräst. Und ein bisschen zurecht gemacht. Auslässe werden auch noch gefräst. Krass. Einlass ist richtig gut, aber Auslass ist nicht ganz so toll bearbeitet. Da haben wir durch Zufall mal ein paar RSR-Rennköpfe gehabt. Und da haben wir die Auslasskanäle kopiert und seitdem funktioniert das richtig gut. Geil. Ventile Serie oder andere? Serie. Kann man Serie fahren? Ja, in jedem Fall. Auch vom Sauger, vom GT3-Sauger theoretisch. Ja, ja. Macht Porsche überall immer Natrium-gefüllte Ventile rein. Das ist natürlich von einer Wärmeableitung, Brennraum in Richtung Ventilführung perfekt. Besser geht nicht. Letzte entscheidende Frage, hoffe ich, für heute. Ja. Wie ist das beim Boxermotor mit Verdichtung? In welchem Bereich fahrt ihr also? Wir fahren eigentlich generell immer relativ niedrig. Auch wieder wegen Haltbarkeit und ich bin eher Fan von viel Frühzündung fahren als von hoher Verdichtung. So original fahren die Autos je nach Modellreihe zwischen 9 zu 1 und 10,5 zu 1. Je nachdem, was so drin ist. Und wir gehen bei den ganz krassen runter bis auf 7 zu 1. 7 zu 1, oder? Ja, das ist schon fast oldschool, kann man sagen. Ist auch wahrscheinlich nicht tolle Effizienz, aber mit Ladedruck. Und wir können dann trotzdem 25 Grad Zündung fahren mit Seriensprit von der Tankstelle. Und dann hast du natürlich andersrum auch wieder einen tollen Wirkungsgrad. Das ist halt schön. Du kannst halt so 1400 PS Autos, kannst du einfach mit 102 von der Tankstelle fahren, hast du kein Problem mit gar nicht. Eternol, kein Remenzin, kein gar nichts und funktioniert. Und die Porsche-Motoren sind ja eh dafür bekannt, dass die ansprechverhaltenmäßig eh gut sind. Ja, so ist es. Also wer sich 1400 PS kauft, der weiß auch, dass der vielleicht ihrs Ladedruck ab 4,5 hat und nicht bei 2,5. Das interessiert da nicht wirklich, das Ansprechen. Was war der krasseste Schaden, den er machtet? Auch mal so radikal gesprengt? Also jetzt nicht ein abgerissenes Pläu oder so, sondern wirklich mal so Bälle gebrochen, Block auseinander. Der krasseste Schaden ist mir passiert in Papenburg. Da waren wir eingeladen von der Autobild, ich glaube, da war es auch wieder noch Test und Tuning, mit dem GT9. Und zwar das Bild da oben, der weiße. Also nicht der Bus dahin, sondern genau. Da haben wir zwar auch den Motor gemacht, aber... Ach, da haben wir auch den Motor gemacht. Ja, ja, das war dieser, wie heißt der da, TH, aus Berlin, der Vogel. Die auch dieses grüne Ding da, glaube ich, hingebaut hat. Da haben wir auch den Motor gemacht, so das Getriebe. Jedenfalls bei der Sache, bei der Veranstaltung, da ist uns mal ein Motor hochgegangen. Da, man sieht die Steilkurve. Und wir wollten die Steilkurve ganz langsam fahren. Und bei dem Bild war ich in der Mitte, bei dem anderen Bild war ich ganz außen. Da hängst du im Auto, das Auto rutscht schon die Steilkurve runter. So. Und wir mussten da eben ganz langsam durchfahren. Ja, war natürlich blöd. Ölversorgung des Motors hat nicht mehr funktioniert. Selbst mit Trockensumpf ist das Öl so sehr in die Zylinderköpfe gelaufen, dass mir der Motor eine Zeit lang scheinbar trocken gelaufen ist. Habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Und dann ist mir original bei 397 der Motor festgegangen. Hier. Das hat gekleidt. 397. Aber hallo, echt. Und da war aber mal so ein Kehrtschrott, den hat man auch noch nie gehabt. Da war ein Titan-Pleul, war auf der Stahlkurvewelle verschweißt. Stimmt, damit hast du die damals noch selber gemacht. Oh, das war ein Drama. Da war dann vorbei. Jupp. Okay, ein Mythos habe ich noch. Ganz viele sagen, es wäre bei den Motoren so schwer, die Steuerzeiten einzustellen. Das stimmt. Dass das irgendwie nur bei laufendem Motor geht oder so. Nee, das Problem ist, es gibt eigentlich ein Werkzeug dafür von Porsche, das ist aber sehr ungenau. Und die mögen nur ganz wenig Abweichung, weil sonst hat das Originalsteuergerät leicht zu große Abweichung und dann geht nichts mehr. Und außerdem haben die durch die vielen Schichten und das viele Aluminium auch noch das Problem, warm und kalt. Die Kette ist aus Stahl. Bei kaltem Motor hast du 4 Grad Abweichung, bei warmen Motor hast du 1 Grad Abweichung. Verstehe. So, alles großer Mist. Und das ist also wirklich ein Kunststück. Wir stellen gar nichts mehr mit den originalen Porsche Lehren ein. Wir haben unsere eigenen Maße, wie wir das Ganze machen. Das funktioniert ganz gut. Funktioniert auch nicht immer. Auslassseitig ja, einlassseitig nicht immer. Wir haben uns aber inzwischen auch ein System ausgedacht, dass wir es beim eingebauten Motor auch noch nachstellen können. Das sagt Porsche nämlich, geht gar nicht. Bei uns geht das aber. Das heißt, der eigentliche Versteller, wo die Kette rüberläuft, der hat keinen Anschlag, sondern der läuft quasi ins Pogadissive und Negative beim laufenden Motor? Der hat auch, so ist es. Also der hat nur einen Anschlag, wenn kein Öldruck da ist, damit, wenn man ihn abstellt, dass er dann einmal einrastet, dass er beim Starten quasi ein bisschen was Definiertes hat. Danach ist die Entriegelung raus und dann ist der ganz frei. Und das macht es natürlich auch schwierig, ihn ohne Öldruck beim Einstellen einzustellen. Erstmal das und selbst wenn er verrastet ist, hat der ein paar Grad Spiel. Ah, okay. Das heißt also, dann musst du den erstmal in eine Anschlag drehen und hier hin und Nockenwelle festhalten und Kette spannen und alles mögliche hin und her, bis du dann wirklich sagst, okay, ich habe jetzt mal ein definiertes Maß. Und dann ist das ja auch noch alles in einem Kettenkasten drin, der ja abgedichtet ist, wo man ja auch nicht so einfach ankommt. Alles fummelig und fuckelig ist alles ganz schön eng, ganz genau. Also das ist kompliziert. Also stimmt schon, das ist kompliziert. Das stimmt. Und es ist vor allem richtig schwer, wenn du dann so 1600 PS Motor brauchst und hast dann eine Nockenwelle mit riesen Hub, breiter Nocken, großer Hub. Und dann hast du die im Prinzip auf deiner Position gestellt und sobald du die loslässt, bewegt die sich ja wieder zurück, weil die will da ja gar nicht stehen. So, das heißt, du musst die Nockenwelle halten, musst im Prinzip vorne den Versteller verdrehen, musst dann auch noch messen, ob du an dem richtigen Maß bist und dann auch noch alles anziehen. Das ist eigentlich ein Dreimann-Job. Ja, vier Arme brauchst du. Genau. Wenn du das alleine machst, irgendwann ärgerst du dich schwarz. Also geht zwar, aber es ist schon... Das stimmt. Und dann drehst du den Motor zweimal durch, 720 Grad, dann hast du wieder ein paar Zehntel verstellt. Ja. Okay. Ja. Vielen Dank, dass ich das Ganze hier zeigen durfte. Ja, sehr gerne. Freut uns ja. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Für mich kommt jetzt der schönste Teil noch. Das seht ihr aber erst im nächsten Teil, weil ich darf nicht noch ein Autoprope fahren. Wollen wir schon verraten, was? Nö. Nö. Aber es soll geil zu fahren sein. Noch mega lohnen. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Richtig was gelernt. Ich zumindest. Richtig was gelernt heute wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. 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 Tschüss.